Hallo zusammen, wir sind in diesem Spital Affolter und machen die Ausbildung als VG und AGS. Kommt mit, wir zeigen euch unseren Alltag. Meine Hauptaufgaben als VG sind, Bewohner zu betreuen, sie unterstützen im Alltag bei den Sachen, die sie noch Unterstützung brauchen. Wir helfen ihnen auch bei der Mobilisation, beim Aufstehen und machen mit ihnen auch das G-Training, zum Beispiel mit dem Rollator oder dem TG-Steck. Und die VITAL-Sachenkontrolle, die am Nachmittag und am Morgen stattfinden, wie zum Beispiel Blutdruck und Blutzuckmessen. Auch sehr wichtig bei uns ist im Beruf die Heimarbeit, dass man sich gut austauscht mit Diplomierten, Ärzten, Physiotherapeuten, dass wir alle wissen, wie es dem Patienten geht und was der nächste Schritt ist in das Pflege. Also was das Schönste an meinem Beruf ist oder mir wirklich mega gefällt, ist zum Beispiel einfach den Menschen, die Hilfe brauchen, Unterstützung können, die sie brauchen und die Dankbarkeit der einzelnen Patienten einfach gespüren für die Arbeit, die wir machen. Das Besondere an diesem Betrieb ist, dass es klein ist und dass man mit allen ein bisschen in Verbindung kommt. Also es ist so eng, man fühlt sich so willkommen, man kennt jeden und man hat eine gute Beziehung mit allen. So, jetzt habt ihr alles gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann bewerbt euch heute noch.